Da machst du wohl recht haben, Hinnak. Dann hol mir doch mal schnell meine Stiefel aus dem Haus. Wieso ich denn? Kannst doch selber machen. Hinnak, ich erklär dir das nochmal. Ich bin der Bauer und du tust gefällig, was ich dir sag. Ach so. Also los, hol meine Stiefel. Tag, Mädels. Der Bauer hat gemeint, ihr sollt euch nackig machen, damit ich euch beiden das mal so richtig besorgen kann. Das glaube ich nicht, dass der Bauer das gesagt hat. Wenn ihr mir das nicht glaubt, dann kann ich den Bauer ja nochmal fragen. Ey, Bauer, alle beide? Natürlich beide. Du durchbattelst.